Noch eine Stunde bis zur Show. Jetzt ist Ablenkung angesagt. Guck dir das an. Das tut weh, wenn man meine Bälle abzieht. Ich muss hier das Armband schieben. 8-4. Wenn man dich fragt, wer der beste Tischtennisspieler ist, braucht man gar nicht, oder? Braucht man gar nicht. 8-4, du siehst es. Ey, ich zieh ihn so ab. Das ist unfassbar. Da hat die Bälle schon um den Ohr nicht gekriegt. Warte, warte. Die Zeit hat man am Sonntag dann aber nicht inzwischen. Nee, das stimmt. Das ist nicht so viel Zeit auf jeden Fall dafür. Aber es geht auch immer schnell, wenn ich spiele. Zack, zack, zack. Und 11 zu 6. Das war Glück. Das war nur Glück. Eine Partie Tischtennis, unmittelbar hinter der Bühne. Das hilft ein wenig gegen das immer stärker werdende Lampenfieber. Hammer, das festgehalten auf Band. Zack. Das dauert allerdings nicht lange. Ja, und das zweite Spiel. Moi. Okay, nochmal. Ja, ich zieh ihn sowieso noch. Ich muss erst mal reinkommen. Das dauert bei mir so nicht. Das Prozess fängt aber gleich an. Das weißt du. Nee, jetzt momentan weiß ich das nicht, weil es ist nicht zu viel Ablenker. Aber bei mir ist es immer so, wenn ich daran denke, dann kriege ich so Schübe. Also ich steigere mich jetzt immer so rein, es kribbelt dann im Bauch und dann... Okay, lass weiter. Und dann mach mich jetzt meine Leute. Ich weiß auch nicht.